Hallo Leute, herzlich willkommen auch bei StunnoGaming und heute ist es bei StunnoGaming. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Dazu gehe ich erstmal wieder hier zurück auf Sound und machen Sigma kurz raus. So, jetzt beichern das und gehen auch mal zurück zum Menü. So. Und jetzt nochmal auf Start und dann können wir nämlich auch spielen. Ich bin ein bisschen krank, also bitte nicht wundern, wenn meine Stimme anders ist. Ich hoffe mal, die ist nicht anders. Mir tut auch ein bisschen sehr weh, wenn ich rede. Also, wenn ich rede, tut mein Hals komplett wegen. Deswegen kann es sein, dass ich mal oft nicht so viel rede in diesem Video. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schön. Jeder ist, denke ich mal, immer krank irgendwann mal. Könnte sein, dass auch die Tage nicht so viele Videos kommen werden. Genau. Genau, so. So. Ey, wie lockt er mich denn immer aus? Scheiße, ich bin nur da auf einem. Ach, komm. Okay. Weiter geht's. Luftschiff. Okay. Ja gut, also da hab ich dann wohl gewonnen, ne? Alles klar. 1-1 steht's jetzt. Okay, ich bin blau. Okay. Okay. Na klar. J-Jowas. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Eiii Ey. Ja, komm. Ach. Ach, komm. Ich bin auch mal gefallen. Ey, das ist doch unfair, Junge. Ich weiß nicht mal, wie man einen nimmt. Weiß nicht, wie man einen nimmt. Netzfischer. Okay. Let's go. Vor allem sind wir auch nur noch zu zweit. Was für Rotz. Ah, jetzt hat er mich wieder. Nein, ich bin runtergefallen. Ach, komm, das ist doch ein Scheißspiel. Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ja, ruhig, gewinne halt wieder. Ey, das ist doch dumm, dieses Spiel. Das ist echt dumm. Aufzüge, okay. Ja, auch noch das Spiel. Ey, ich heiße diese Spiele. Ja, ich hab gewonnen, Bruder. Bam. Gewonnen. Ich schille hier meine Base. Okay, 2-2. Ich muss jetzt allen Spielen noch gewinnen. Riesenrad. Auch wenn ich diesen Namen schon wieder höre. 3, 2, 1. Go. Hm? Okay, ich musste kurz weg. Ich musste kurz weg, Leute. Jetzt hab ich, glaub ich, verloren. Weil mein Bruder mich mal wieder nervt wie so ein... Dings, ey. Der nervt nicht immer. Hoffentlich ist es nicht zu schlimm. Hm, naja, er sucht jetzt erstmal das Spiel. Ah. Werbetafeln. Okay, dann müssen wir jetzt sogar wieder zu dritt sein. Ah ja, sind wir auch. Äh, wie viele sind wir denn? Ah ja, sind wir weg. Direkt gestorben, ey. Dieses Spiel macht echt keinen Bock. Warum wird jetzt eigentlich meinen Ring angezeigt? Egal. Jetzt ist da oben noch jemand. Ah, der ist runtergefallen. Alles klar. Der ist runtergefallen. Ey, jetzt kommt. Macht doch. Alter, das ist doch behindert. Ja. So, Schleppnetzfischer, okay. Ach, nee, jetzt sind wir hier wieder auf dem blöden Schock. Mach, mache mal eigentlich. Pum. Komm herr! Komm herr! Komm herr! Komm herr! Komm herr! Äh, was ist denn jetzt mit mir? Kann nicht aufstehen, ah, jetzt. Kann grad nicht aufstehen. So. Ich geh einfach hier hoch. Gut. Bleib jetzt einfach hier oben, ne? Komm herr! Komm herr! Oh nein, jetzt hat er mich! Komm herr! Komm herr! Ich bleib jetzt einfach hier oben. Nein, der Hai hat mich! Ja, ach komm! Komm! Ach komm! Ja, ich kann nix machen. Ey, das ist doch... Nee, also komm! Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst gerne ein Liken, Abo und Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Haut rein, Leute! Euer Stando! Ciao! Ciao! nano Bis zum nächsten Mal.